Hallo liebe Zuschauer, ein kleines wöchentliches Update. Dachte ich mir, vielleicht schaffe ich das jede Woche mal so einen kleinen Überblick zu liefern, was aktuell so los ist, was vielleicht pausiert ist, was weitergeht, was zu Ende geht. Ihr habt es gesehen, Mafia ist zu Ende. Heute gab es dann aber nochmal eine kleine Bonusfolge. Mafia 1, Mafia 2 folgt dann, sobald Mafia 3 durch ist. Und von Mafia 3 habe ich auch noch ein paar Folgen auf Halde. Und da werde ich dann in der nächsten Session auch einen kleinen Cut im Stil machen. Ich werde nicht mehr die, ich hole mal weiter aus, man muss da Sektoren in der Stadt erobern, also Bezirke. Und da sind am Ende immer ganz coole Story-Missionen, die sind ganz nett. Aber vorher, um diese Unterbosse auszuschalten, muss man teilweise eher ganz schön ödes Zeug machen. Diesen ganzen Teil werde ich quasi nicht spielen, sondern werde dann eine Folge haben, wo ich mehr oder weniger alle von diesen Nebenaufgaben annehme. Dann hat man das alles gesehen, dann mache ich kurz Pause, nehme den ganzen Gruscht raus und zeige den Quatsch nicht. Und zeige dann nur noch, wie ich die Unterbosse und den Boss des jeweiligen Bezirks ausschalte. Weil das sind dann meistens irgendwie an einem coolen Ort oder mit einer coolen Mission noch drum herum gebaut, die Dinger. Und dann natürlich irgendwie normale Story-Missionen. Das ist so der Plan für Mafia 3, um das ein bisschen unterhaltsamer zu halten, weil, also jetzt zigmal diese Sektoren Vorarbeit leisten, das ist irgendwie doof. Naja, ich kenne Bock drauf. Also zumindest euch das zu zeigen, weil ich glaube, das ist blöd. Genau, das geht dann so ab Folge, ich weiß nicht, 22, 23, so in dem Dreh könnte es losgehen. Ähm, ansonsten, ihr seht es hier im Hintergrund schon, Batman ist komplett im Kasten. Das ist hier Batman Arkham, Return to Arkham, also Arkham Asylum. Ähm, Batman Arkham City kommt danach, hat aber eine kleine Pause, weil vorher kommt auf jeden Fall wahrscheinlich, er dann, auf jeden Fall wahrscheinlich, sehr schön. Ähm, Bioshock Remastered. Ja, und genau, und dann geht's irgendwie, ich tippe mal Mitte, Ende November, wird's wahrscheinlich mit Batman irgendwie weitergehen. Und diese Woche startet auf jeden Fall neu Titanfall 2, als klassisches Let's Play der Single-Player-Kampagne. Da habe ich sehr großen Bock drauf. Ich will mal schauen, wie die Release-Version von Through the Woods ist. Das habe ich hier sogar im Hintergrund. Jetzt muss ich mal kurz gucken, könnt ihr das sehen, wenn ich das hier so... Ja. Da habe ich ja, äh, im Feierabend diese Vorschau-Version schon mal ausprobiert. Und fand das ziemlich cool. Also, da würde ich mir gerne die Voll-Version anschauen. Ich hoffe, die taugt was. Und ansonsten kommt die Woche noch Iron Fish, was ich auch sehr cool finde. Das ist so ein bisschen Untersee-Exploration, aber wohl mit Story. Und, ähm, würde ich mir auch sehr, sehr gerne reinziehen. Ist wahrscheinlich auch nicht sehr lang. Ähm, wird dann wohl auch immer zunehmend gruseliger. Bin mal gespannt, wie das so ist. Ansonsten haben wir jetzt jeden Tag um 15 Uhr immer eine VR-Folge, irgendwas. Also, ich habe wahnsinnig viel VR auf der Playstation VR gespielt und bin total erleichtert. DriveClub scheint die absolute Ausnahme zu sein. Also, so übel wie bei DriveClub ist mir bei nichts anderem geworden. Ich habe auch längere Pausen gemacht. Aber auch echt immer aufgepasst, dass sobald es irgendwie auch nur ansatzweise Probleme gab, sofort Pause gemacht. Also, um 15 Uhr immer VR, habe sehr viele Demos durchprobiert, viele eher so kleine Spiele. Die Spiele sind ja meistens klein. Und bin jetzt gerade dabei, so ein bisschen rüber zu wechseln auf die etwas längeren. Ähm, das Horror-Spiel, ähm, Here They Lie. Dann die Vollversion von Until Dawn, also diesem Achterbahn-Shooter, wo ich riesengroßen Bock drauf habe. Ähm, dann RAS als komplettes Spiel, wo man, wenn man das Hauptspiel durchgespielt hat, danach erst die Unreal Engine 4-Version, ähm, von, also Unreal Engine 4-Spiel drin freischaltet, was für VR gebaut ist, was nochmal tausendmal besser aussieht und, und, und richtig, richtig cool ist. Also, da war ich total überrascht von. Ähm, geht auch nicht allzu lang. Wie gesagt, so viele, so, viele so kleine Sachen ausprobiert, teilweise in den, ähm, in den VR, äh, VR-Worlds-Geschichten. Sehr, sehr coole Geschichten. Ähm, dieses Weltraum Scavengers Odyssey, hier sieht man es schon im Hintergrund. Das wird super, freue ich mich total drauf. Das Ocean Descent mit dem High ist der Hammer. Richtig, richtig geil. Naja, Mafia sehen wir hier, ähm, die letzten Folgen vom Feierabend. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich jetzt irgendwann demnächst mal so ein bisschen kleines Zeug zwischenstreuen und mal so eine Folge was ausprobieren, aber nicht jetzt so wahnsinnig viel. Es steht auch noch viel an. Ich hoffe, die Woche, dadurch, dass der Feierabend wegfällt, auch wieder mit, ähm, mit, äh, GameTube mehr aufnehmen zu können. Aber das liegt am Ende des Tages nicht an mir, denn, ähm, da muss ich gucken, wie die Jungs Zeit haben. Aber vielleicht mit dem Franz irgendwie ein bisschen was aufnehmen. Arc bin ich immer noch ein bisschen am rumgucken, wie da die Technik funktioniert. Ähm, Star Citizen hat mal so ein bisschen überlegt, weil das gerade umsonst ist. Ob wir mal eine kleine Runde drehen und ein bisschen umschauen. Ähm, auf jeden Fall wäre die Zeit dafür da, weil jetzt ist halt eigentlich ein bisschen was da. Um 18 Uhr ist jetzt immer geplant. Ich hatte noch, wir hatten so ein paar Sachen mit dem Franz zusammen aufgenommen. Da kommt jetzt ein bisschen, was die Tage immer, irgendwas anderes, ähm, so ein bisschen querbeet. Da kommt dann Richtung Halloween, kommt auch hier noch so ein kleines Erschreckspiel, Hide and Shriek, was so einen sehr großen Spaß gemacht hat. Kleine, nette Häppchen für zwischendurch. Keine riesengroß angelegten Let's Plays. Und, ähm, da haben wir ja noch Mafia 3. Wir haben Batman, was noch eine ganze Weile gehen wird. Und wir haben Battlefield. Und demnächst haben wir dann auch hoffentlich bald wieder Deus Ex. Denn, äh, das Kind schleppe ich leider immer noch mit mir rum. Und bin noch nicht wirklich weitergekommen. Das tut mir leid. Ansonsten, ja, wenn ihr irgendwie Fragen habt, äh, stellt sie, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder so. Ich hab noch, ich wollte noch irgendwas, ähm, irgendwas wollte ich euch noch erzählen. Aber ich komme nicht mehr drauf. Mache ich vielleicht nächste Woche. Ich muss auch mal gucken. Vielleicht kann man auch irgendwie so ein bisschen, äh, jede Woche so eine Art kleines Thema fahren. Oder irgendwie einen Schwerpunkt setzen. Ich war beim Friseur endlich mal. Genau, ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, dass ich, dass ich die Woche dann wieder mehr auch mit GameTube aufnehmen kann. Wir haben ja noch Shadow Warrior. Wir wollen Sherlock aufnehmen. Wir haben wieder Talks. Ähm, ja, das ist so ein bisschen so die Woche. Und nächste Woche ist ja dann sogar Franz bei mir hier zu Besuch. Und dann probieren wir bestimmt mal zusammen ein bisschen VR aus. Und gucken, was man irgendwie so Couch-mäßig zu zweit spielen kann. Ist das schon nächste Woche oder ist das übernächste Woche? Muss mal gucken. Genau, das ist so ein bisschen so der Plan für diese Woche. Ist jetzt, es wird jetzt langsam ruhiger, habe ich das Gefühl. Ähm, so der ganz, ganz schlimme Schwung ist vielleicht erst mal durch. Aber ist ja für euch vielleicht auch besser. Kommt da mit dem Schauen besser hinterher. Und ja, das war hier der kleine Überblick. Und es ist auch schon wieder fast sieben Minuten. Ich kann mich immer nicht kurz fassen. Das ist furchtbar. Gut, ähm, bye, bye. Okay. Vielen Dank.